Was ist die Look Gearbox? Das Getriebe ist ein elementarer Teil des Antriebsstrangs. Es überträgt die Kraft des Motors auf die Räder und ermöglicht eine effiziente Fahrweise. Aufgrund der starken Beanspruchung bleiben Schäden durch Verschleiß jedoch nicht aus. Da das Getriebe ein komplexes System ist, kann eine Reparatur oft nur durch Spezialisten durchgeführt werden. Für freie Werkstätten ist dies meist zu kompliziert und aufwendig. Das ändert sich jetzt. Mit der Look Gearbox können Werkstätten Getriebeschäden selbst beheben. Ganz einfach und professionell. Die Recherche nach den richtigen Einzelteilen entfällt. Eine intensive Analyse von Ausfallgründen zeigt, jedes Getriebe weist bestimmte Verschleißspuren auf. Daher ist auch jede Look Gearbox individuell auf einen Getriebetyp zugeschnitten. Die Reparaturlösung aus dem Hause Schäffler enthält alle Komponenten, die für die Instandsetzung notwendig sind. Es handelt sich dabei um Verschleißteile wie Hauptlager, Stützlager und Dichtungen, sowie Getriebe individuelle Komponenten zur Beseitigung der speziellen Ausfallursachen. Alle Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und in gewohnter Schäffler-Qualität. Das garantiert eine besonders nachhaltige Reparatur. Nur Schäffler bietet eine solch umfassende Reparaturlösung in Erstausrüsterqualität an. Damit ist die Look Gearbox einzigartig auf dem Markt. Sie ist für alle führenden Fahrzeughersteller erhältlich, sowohl für Schalt- als auch für Doppelkupplungsgetriebe. Außerdem stehen detaillierte Reparaturanleitungen sowie Spezialwerkzeuge zur Verfügung. Damit gelingt die Instandsetzung besonders schnell. Weitere Informationen zu Schäfflers Know-how im Antrieb und alles für die Werkstatt finden Sie auf www.repexpert.de www.repexpert.de